Mein Name ist Thorsten Schloh und ich arbeite hier im Produktmarketing der industriellen Verbindungstechnik. Phoenix Contact ist ein großes Unternehmen im Bereich der Automatisierungstechnik, industriellen Verbindungstechnik. Ich selber habe vor 13 Jahren hier im Unternehmen angefangen als Programmierer und mich dann im Laufe der Zeit weiterentwickelt, bis schließlich heute zum Leiter der Gruppe industrielle Verbindungstechnik für die Energiebranche. Für mein Team suche ich einen engagierten Senior-Produktmanager, der Spaß hat an Teamarbeit und daran innovative Lösungen für diese Industriebranche zu finden. Als Bewerber haben Sie idealerweise ein abgeschlossenes Studium im Bereich Nachrichtentechnik oder Energietechnik. Sie haben mindestens drei Jahre Berufserfahrung. Im Bereich Netzschutztechnik betreuen Sie einen Teil unseres Portfolios, das speziell auf Kunden in der Energiebranche zugeschnitten ist. Sie begleiten die Produkte über die Messen, Sie führen anschließend Schulungen im In- und Ausland mit unseren Vertrieblern durch. Phoenix Contact ist ein starker Partner gerade für jeden, der persönliche Zulernen möchte, der lebenslanges Lernen als Motto hat. Wir haben im Haus eine eigene Abteilung, die sich ausschließlich um die Weiterbildung der Mitarbeiter kümmert. Wir haben ein entsprechendes Ausbildungszentrum. Es ist sicherlich auch sinnvoll zu erwähnen, dass wir ein familiengeführtes Unternehmen sind, das großen Wert auf seine finanzielle Unabhängigkeit legt. Dadurch sind wir extrem handlungsfähig, haben in der Regel kurze Entscheidungswege und können viele innovative und gute Ideen zeitnah umsetzen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017